Die Blonde, wo du Gas gegeben hast, ne? Alter, die wär fast ins Haus gesprungen. Geil! Boah, das ist so viel angenehmer, wenn man, äh, ja, jetzt hab ich vergessen, weil ich gerade voll abgelenkt, weiter hinzugucken, was der da macht. Äh, das ist so viel angenehmer, wenn man, äh, schneller fährt, ey. Der schöne Fahrtwind, könnte sein, dass der, der Wind ein bisschen, äh, ein bisschen laut ist, weil ich hab mein Halsstuch nicht um, deswegen, könnte sein, dass es ein bisschen laut ist. Oh, was schleicht ihr denn so, ihr Boys? Schleicher Boys! Ey, wieso, wieso? Der Typ bremst und dann blinkt der erst. Das ist, ey, inwie vielen von meinen letzten Videos, es gibt sowas. Dass solche Idioten immer erst bremsen und dann blinken, ey, sowas hasse ich. Boah, jetzt kommt meine Lieblingsstrecke hier. Die ist so geil, die Strecke. Ich schneide immer ein bisschen was zusammen, aber ich heize nicht so. Weil Nadine, hab neue Reifen und so, das ist nicht gut. Einfach mal Rapbomben, aber ich hab extra nicht so laut Rapbomben, weil ich den Hund dabei hatte. Der arme Hund, der tut mir dann schon leid. Oh, jetzt hab ich Lust zu Rapbomben. Ich hoffe, die hat sich erschreckt. Ich hab's aber nicht gesehen, keine Ahnung. Muss ich gleich Nadine fragen, ob sie sich erschreckt hat. Das wäre halt witzig, ne? Ich hab voll Angst, dass gleich der Akku leer ist, ey. Schiebe ich grad ein paar Paras. Oh, hier ist es so mega voll. Naja, wenn wir uns zu zweit fahren, hab ich keinen Bock, so zu überholen. Das ist mir dann zu blöd. Ja, aber der Bus heizt da auch ganz schön durch. Der ballert auch die Kurven. Naja, aber hier kann man die Kurven... Boah, ich liebe solche Kurven, sind die geilsten. Ich mag so ganz enge Kurven, find ich voll langweilig. Wo man da so langsam durchschleicht oder so. Ich mag eher diese Kurven, die man dann auch mit, was weiß ich, 100, 110, 120 oder so nehmen kann. Sowas find ich viel geiler. Oder die Kurve hier. Boah, Alter, du kannst da so geil einsehen, ob da jemand kommt. Richtig geil, ey. Wenn ihr welche aus der Umgebung kommt, das ist die Strecke von Rindlo nach Melle. Das ist die allergeilste, ey. Immer wenn ich irgendwie schlechte Laune habe oder so, einmal die Strecke langfahren, gute Laune ist am Start. Hier an der Biogasanlage, schöne lange Linkskurve. Erst eine Rechtskurve und dann in eine Linkskurve weiter. Das ist so geil. Man kann hier aber scheiße einsehen, das ist ein bisschen blöd. Aber ich könnte dir ja mal vorstellen, wie schnell man hier die Kurve ballern kann. Vor allem das, was mir an guten Strecken am wichtigsten ist, die Straße, die ist hier wie geleckt. Die ist so geil. Hier kommt jetzt gleich noch eine schöne scharfe Rechtskurve. Alter, der Fahrschüler kackt sich in die Hose. Hier ist gleich einmal eine Stelle, da ist genug Platz, da können wir schön überholen. Nein, jetzt kommen hier so viele, ey, hier hätte man überholen können. Jetzt kommen hier so viele Autos, war ja klar. Das war ja klar. Junge, was bekomme ich denn da alles in der Fresse? Der verliert irgendwie, keine Ahnung, was der verliert, der... Alter, diese ganze Straße macht er dreckig, der scheiß Trecker, ey. Oh, Mann. War die Meckes? Die Monde, die du Gas gegeben hast, ne? Alter, die wäre fast ins Haus gesprungen. Aber hast du leider nicht aufs Video, oder? Nee. Geil. Na, die Meckes? Oh, Mann, ey, die haben Blondes gegen das Haus gesprungen. Mein Gott, ey, und das habe ich nicht aufs Video. Nadine, wird Zeit, dass du auch eine Kamera hast, dann hätte ich das jetzt aufs Video. Aber ich kann es mir vorstellen, wie die sich erschrocken hat. Mein Motorrad ist schon laut, deswegen. Ey, das macht er gut. Sie fährt Fahrrad und er läuft neben mir, ey. Sie schreit die Naht, so, lauf, lauf, lauf schneller. Lauf, schlappe, lauf. Also, ein Halt beim Meckes, hätte ich jetzt gesagt. Ne, ja, ja, normal. Das stamm Meckes hier in Melle. Das machst du super, das machst du super. Ja, er hat mich angelächelt. Ich mach mein Vesier runter. Ich fahr zwar nur 50, aber hier flattert so Zeugs überall rum. Ich hab keinen Bock, irgendwas ins Auge zu bekommen. Das ist ja nicht so geil. Ob bei Meckes Motorräder stehen? Das wäre halt cool, ne? Das wäre hart geil. Äh, nur eins. Oh Mann, ist ja langweilig. Na, da, 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 da!